Ich habe dir hier den Hotchip drauf gemacht. Bro, Digga, bist du verrückter Alzer! Ich werde es ihm so heimzahlen, ich schwöre es euch, Leute. Fangen wir mal an den Kanten aus? Ja. Ey, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute wird es richtig krass. Ich muss mich richtig kurz halten, denn der Lukas kommt gleich, Leute. Und zwar werde ich heute einen Hotchip-Prank an ihm machen, Leute. Ich werde den Hotchip in den Burger reinmachen. Wir werden gleich nämlich so Burger-Pommes-Challenge aufnehmen, sage ich ihm. Wir gehen da noch rein, holen ein paar Sachen, so, dass jeder so seine Sachen holt und so. Lasst ihn auch mal oben da, kostenlos, Abo, checkt Lukas ab. Und ja, ich würde sagen, wir tun jetzt einfach so, als wäre jetzt nichts. Er weiß von dieser Aufnahme noch gar nichts. Der müsste jetzt eigentlich gleich kommen, denn wir haben gesagt, wir treffen uns um 11 hier. Ich würde sagen, let's go, wir sehen uns gleich. Ein paar Sekunden später. So, Leute, da kommt er auch. Nein, nicht hier, sondern da. Moin, Lukas, was geht? Moin, Marv. Burger-Pommes. Hashtag Burger-Pommes in die Kommentare. Burger-Pommes, Leute, Hashtag Burger-Pommes. Genau, Lukas, wir machen heute eine Essens-Challenge. Ich habe euch schon mal die Kamera angemacht. Du kannst den Leuten ja schon mal erklären. Ich habe dir ja gesagt, das ablaufen wird, wenn du Bock hast. Ja. So, wir machen heute so eine Essens-Challenge. Und zwar, wer mehr Burger-Pommes essen kann, oder? Genau. Mit Hilfsmitteln, oder? Genau, mit Hilfsmitteln. Und deswegen sind wir auch schon hier bei Kaufland. Und ja, ich würde sagen, Marvin, ich habe schon richtig krassen Ideen. Ich werde dich auseinandernehmen. Ja, ich bin gespannt. So, Leute, ich habe jetzt hier Wasser von Fiji geholt, auf Alibi-mäßig. Das wäre total lustig, sage ich euch. No joke. Ich muss halt gucken, was ich jetzt noch nehme, so zum Abnehmen. Und dann hole ich gleich noch einen Chip. Mein McDonalds wollen wir richtig viel Burger-Pommes holen. Der wird so ausrasten, ey, wenn du den isst. Ja. Zum Abnehmen brauchen wir eine Kleberolle oder irgendwas. Haben die keinen Einzelnen. Komm, wir nehmen die mit. Let's go hier. Sage ich, klebe ich meinen Bauch damit ganz eng, bis der damit mehr reinpasst. Ich suche mir jetzt ein paar Produkte raus, die mir helfen werden im Burger-Pommes-Battle. Ich werde Marvin richtig auseinandernehmen, sage ich euch. Wir sind ja hier bei den Getränken, Leute. Und ihr wisst ja alle, man kann, wenn man so trinkt, es besser runterspülen. Dann müssen wir nicht zu viel kauen. Und ich habe als Idee, Leute, ich nehme hier auf jeden Fall das Fiji-Wasser, Leute. Weil mit diesem Wasser hat man auf jeden Fall extra viele Chancen zu gewinnen. Das flutscht nämlich noch besser runter als anderes Wasser. Und ich habe noch eine andere Idee. Hier gibt es auf jeden Fall ein richtig krasses, geheimes Getränk. Ich muss es gerade nur finden. Leute, das meinte ich. Weil ihr seht, hier ist so ein Totenkopf drauf, weil das quasi so im Magen alles zersetzt. Und dann, wenn man ganz viel davon trinkt, bleibt nur noch das Skelett übrig. Das wird quasi sofort das ganze Burger-Pommes zersetzen, dass ich quasi noch mehr trinken und essen kann. Das ist ein spezielles Instrument. Und mit diesem Instrument, mit diesen Ring-Muttern-Schalen hier, kann man dann quasi das Burger-Pommes richtig reindrücken. Und hier ist ja ein Loch drin. Und dann kann man quasi mit der Luft von außen, hier ist ja wie so ein Röhrchen, Burger-Pommes einfach runterdrücken. Leute, ich glaube, das hier ist gut. Damit kann ich Burger-Pommes kleiner klopfen. Und somit mache ich aus einem Burger sozusagen einen halben Burger, indem ich ihn von allen Seiten zuklopfe. So, ich kaufe so eine Pistole hier, damit schieße ich ihn dann ab. Ach, ganz wichtig, eine Windel. Da kann ich dann, auch während wir am Essen sind, einfach reinkacken. Die Windeln werden eingepackt. Ich hol jetzt gleich noch heimlich den Hotshot. Da ist schon Lukas, der darf uns nicht sehen. Leute, ich gucke jetzt mal was er hat. Hey, wie ist es schon unten? Hallo? Ja. Hey, das war eins. Das wird so krass, sag ich euch. Digga, Lukas wird so sterben. Das kriegt er alles zurück, weil er, der hat sich letztens schon an mich geracht, ne? Da hat er einfach mir auch den Gönnertschi dahingeschmissen und er ärgert mich auch immer. Auch wenn wir jetzt gar nicht aufnehmen, ärgert er mich immer trotzdem. Ey, geh mal weg hier, Marvin. Und Lukas, meinst du, du gewinnt? Ja, natürlich gewinne ich gegen dich, Digga. Ja, ich glaube nicht, du wirst sehen. Ja, doch. Okay, dann sehen wir uns gleich bei McDonalds Burger Pommes. Ja, ist gleich, ne? Ich bin jetzt hier auf dem Parkplatz bei Kaufland noch. Hier ist der Hotschip. Sehr, sehr nice. Da ist noch alles zu, wie ihr seht. Also Leute, wir sind jetzt hier am McDonalds angekommen. Wir warten jetzt gerade auf Marvin. Ich weiß jetzt nicht, wo der ist. Irgendwie braucht er ein bisschen länger. Obwohl wir eigentlich beide ungefähr gleichzeitig losgefahren sind. Bisschen komisch, aber ich warte jetzt einfach mal, Leute. Bis gleich. Ich fahre jetzt nach McDonalds und gehe auf Toilette, ziehe meine Windel an. Und dann geht es gleich richtig los, Leute. Lukas ist bestimmt auch schon gleich da. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir da sind. So, Freunde, ich bin angekommen bei McDonalds. Oh, mal gucken, ob Lukas schon da ist. Ey, Lukas, was geht? Also, Junge, wo warst du, Digga? Ich habe vor allem gewartet. Ja, ich habe noch ein bisschen gebraucht. Hast du was gemacht, warum? Ja, ein bisschen gechillt. Jawohl. Viel Verkehr und alles, weißt du? Ja, lass uns Burger Pommes battle machen. Ich habe schon ultra Hunger, Junge. Ja, okay, komm. Okay, Marvin, ich werde dich jetzt richtig auseinandernehmen im Battle, Junge. Lass mal gucken, come on. Haben die Gutscheine zufällig gerade am Anfang? Oh ja, lol. Pommes ganz viel und so. Ja. Oder? Aber hier, große Pommes, kann man auch vermehren nehmen. Ja, nehmen wir gleich mal drei, vier Stück, ne? Ja, ja. Wir brauchen jetzt ganz viel Burger, Digga, für Burger Pommes. Ja. Denkst du so zehn? Ja, ja, nimm mal zehn Cheeseburger. So, Leute, 38,60 Euro, spenden wir natürlich hier dreimal Euro 50. Sehr gut, sehr gut, Leute. So, 40 Euro, ich würde sagen, wir bezahlen das jetzt. Ja, Mann. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, Essen ist kommen richtig viel Burger Pommes hier. Lukas, hast du Bock auf das Battle? Ja, normal, Alter. Und du? Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, wir haben ja beide unsere Hilfs-Sachen dabei. Ja. Lass uns mal kurz uns erst mal geheim vorbereiten, okay? Ja, ja. Ich gehe auf Toilette, du kannst das, du kannst ruhig, ich muss meine Tüte mal mitnehmen. Ja, ich bereite mir schon mal so zwei Cheeseburger vor. Mach das. So, Leute, ich ziehe jetzt die Windeln an und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, dass die mir passt, die jetzt ein bisschen kleinere, das wird eh passen. Jetzt kann ich auch meine Hose machen und trotzdem weiter essen. Dann kann ich alles rauslassen, kann ich mehr, mehr Platz habe ich dann. Und ganz wichtig, Klebeband habe ich auch, da kann ich den Bauch ein bisschen eindrücken, ne? Dann klebe ich den Bauch gleich ein. Womit Mabel auf gar keinen Fall rechnet, ist einfach mal hier mit, Leute, mit dem Fleischklopfer. Damit werde ich jetzt einen mega geilen Burger-Pommes-Burger komprimieren. Dann mache ich ganz viel Pommes rein, Leute. Und jetzt hauen wir den einfach mal ein bisschen kleiner, ne? Dann können wir den besser schlucken gleich. So, circa. So, Leute, umgedreht. Jetzt auch nochmal, zack. Jetzt ist der schon viel flacher, das heißt, wir können den gleich viel besser essen, Leute. Vertraut mir. Und natürlich hier nochmal unser Monster Juiced. Leute, damit können wir auf jeden Fall das dann, wie gesagt, besser verdauen. Fiji Water, ne? Stellen wir uns hier auch nochmal bereit. Bereite einen anderen Burger, der jetzt auch noch hier vor als Burger-Pommes-Burger. Dann habe ich schon mal einen sehr guten Start, Leute. Und bin, glaube ich, Marvin schon mal echt gut voraus. Unser anderes Experiment hier zum Reinstopfen, meine ich. Das tue ich jetzt auch hier schon mal bereitlegen. Damit wird Marvin auf gar keinen Fall rechnen, Leute, dass ich sowas dabei habe. So, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt jeder erstmal schon mal unser Burger-Pommes-Burger. Ja, Mann. Ich habe meinen schon vorbereitet, Marvin. Ja. Ich habe den auch schon kleiner geklopft. Echt jetzt, oder was? Ja, ja. Du hast den kleiner geklopft. Ich habe den Fleischklopfer gemacht. Und damit habe ich den Cheeseburger kleiner geklopft. Nein, als ob. Erstmal hier ein bisschen die Atemwege befeuchten. Scheiße, ich brauche noch Wasser. Bro, was hast du denn da? Ja. Was ist das denn? Das wirst du gleich sehen. Du hast nicht gesagt, dass wir uns nicht irgendwelche Hilfsmittel holen dürfen. Lol, Bro. Aber ey, wenn du mich abschießen willst, habe ich Schutzschild dabei, ne? Was ist das denn? Ja. So ein Eis essen gehen, oder was? Nee, das verrasch ich dir gleich. Das ist eine geheime Taktik von mir, nämlich. Leute, kann man aber auch als Schutzschild verwenden hier. Lukas? Ja? Guck mal da hinten irgendwie. Ja? Da ist was. Was denn? Guck mal weiter. Egal. Siehst du das Auto da hinten? Da steht dein Auto. Hä, da steht dein Auto gar nicht. Doch. Mach mal die Augen richtig auf. Hä? Was hast du dir gemacht, Alter? Boah, der Gäste war auch gerade so müde, Mann, ne? Ich auch, Digga. Das ist geisteskann schlimm. So, du machst dir jetzt erstmal deine Burger bereit. Ja, ich bin eh schon bereit, Marvin. Ja, mach dir noch mehrere, weil wir müssen alle mindestens drei Pommesburger essen. So, ich bin bereit. Ich bin auch bereit, Marvin. Lass mal das Burger-Pommes-Battle machen, ne? Bist du bereit? Ich bin bereit, Junge. Okay, drei, zwei, eins, go. Du bist bereit, Junge. Du bist bereit, Junge. Super, super. Nichts. Aber was du denn da? Was soll das denn sein? Junge, schieb das mir in dein Roche rein. Du verlierst. Jetzt kommt deine Hand zurück. Hä? Oh mein Gott, das ist direkt weg. Alter, helft das Blogger Post in den Kommentaren. Hey, du hast den ersten weg? Hast du nicht jemals vergessen? Hm? Was denn? Du hast deine Glutentablette, glaube ich, gar nicht genommen. Die Durchfall und so. Oh mein Gott, ich hab die im Auto vergessen. Nein, doch, ich muss dich schnell holen. So Leute, der Lukas läuft da gerade. Jetzt geht's los. Ich tue jetzt schon mal den Burger präparieren. Den schärfsten Chip der Welt, Digga. Der wird so Augen machen. Bruder, da gibt's sogar einen Handschuh dabei. Der wird das nicht merken, der denkt, da liegt bestimmt noch einer oder so. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Hab die komplett vergessen, Bro. Oh nein, oh nein, oh nein Leute. Leute, das macht zu spät, ich hab übelst Bauchweh, Bro. Also wenn man Laktose hat und keine Tabletten nimmt, dann tut man immer Bauchweh und so Durchfall. Ey, der wird so ausrasten, bitte. Ich muss mich jetzt richtig beeilen, nicht, dass der gleich schon kommt, ey. Das ist irgendwie schon ein Durchfall oder so. Dann merkt ihr das nicht. Boah, Alter, der wie zu krass. So, wir holen den hier raus. Ich mach den da rauf. Das ist jetzt der Primis Burger. Ich schläg den da hin. Wo warst du? Ich war noch auf dem Klo. Ja, okay, dann lass mal jetzt weiter essen. Aber jetzt für die Nächsten, die ich trotzdem jetzt noch mal kurz hab. Ja, mach mal. Mhm. Let's go. Jetzt kann's mir auf jeden Fall wieder besser gehen. So, Marvin. Ja, lass mal weiter mal. Ich mach mir einen neuen, weil der ist da schon ein bisschen voll. Also hier hab ich ja schon abgebissen bei dem Burger-Pommes-Burger. Ah, da ist sogar schon Pommes drauf von mir, ne? Ja, da hast du den Burger noch vergessen. Warte mal, ich muss ja auch noch warte noch nicht machen. Ich lass mal meinen Ready machen hier. Pommes drauf. Ja, jetzt bein dich mal, Juni. Ich hab Hunger jetzt. Drei, okay, let's go. Zwei, eins, go. Hä? Jesus, was ist das? Was ist denn? Bro. Was hast du denn? Juni, bei mir brennt alles, Mann. Was ist das? Nichts. Das ist doch nur Essen. Mach mal weiter, ey. Willst du noch mal Burger-Pings oder so? Äh, was ist das, Digga? Ja, nichts. Was hast du da gemacht? Ja, ich hab dir... Bro. Guck mal, ich hab dich geprankt, Luca. Ich hab dir hier den Hotchip drauf gemacht. Bro, Digga, bist du verrückter Alter. Wieso denn? Ist doch nicht schlimm. Soll ich dir was zu trinken holen? Digga. Ja, ich hol dir den Eis. Das ist ja nicht so schlimm, Leute. Jetzt chill mal ein bisschen hier. Ist doch jetzt nicht so schlimm hier. Nimm mal ein bisschen hier. Ich trink auch was. Fühl zum Schluck von mir. Hier, du kannst doch deine Skelettings noch trinken, wenn du willst. Äh. Äh. Ja. Wir brennen alles. Ja, ich hol dir mal Eis. Bitte hol mir mal Eis. Ja, mach ich. Ja, du hast wirklich durchgezogen. Du hast einfach reingebissen. Oh. Oh mein Gott. Warte, wir gehen dir eben ein Eis holen hier, ne? Digga, der steht da jetzt gerade. Boah, der ist richtig sauer jetzt auf mich. Oh Mann ey, hoffentlich hab ich ihn übertrieben. Der kriegt ja mal ein ganz normales, schnelles Eis. Ich würd sagen, wir chillen mal ganz kurz und warten hier. Ich glaub, es ist besser, wenn ich jetzt nicht zu ihm hingehe, weil der ist bestimmt sauer und stirbt gerade. Äh. Äh. Oh Leute. Oh. Leute, ich werd das marmen. Äh. Äh. Ich werd es ihm so heimzahlen. Ich schwör's euch, Leute. Da könnt ihr, da könnt ihr auch ein Gift drauf nehmen, Bro. Ich brauch Eis, Alter. So, Lukas, ich hab dir dein Eis gebracht. Ja, gib mal schnelles Eis. Und, und, bin schon besser oder immer noch nicht? Mhm. So Leute, ich glaub, ich hab echt ein bisschen zu übertrieben. Der Lukas, der stirbt gerade entgegen hier. Ich mein, guck mal. Guck dir da nicht mal an. Überstürmer, Mann. Guck dir da nicht immer, ich meinst du ganz. Hä? Wie, wieso denn? Du hast schon mal was essen, wenn du willst hier. Nee, nee, lass mal. Ich will nämlich essen, ey. Aber du hast nur ein Stück abgebissen. Guck dir das mal an. Oh. Ich würd sagen, ich trink auch erst mal einen Schluck. Ich bin auch kaputt, ey. Sag mal, hab ich jetzt eigentlich gewonnen, oder du? Ah, ist egal. Leute, ich glaub, Lukas stirbt gerade richtig. Ah, Junge, Mann. Es brennt so krank. Geht der Hauptchip eigentlich, oder ist noch schlimm? Bro, das ist so schlimm, Mann. Leute, ich glaub, es geht jetzt echt gar nicht mehr. Ich muss jetzt mit Lukas ins Krankenhaus fahren. Fangen wir ins Krankenhaus? Ja. Ich mach jetzt erst mal die Kamera aus, Leute. Wir fahren jetzt gleich weiter. So Leute, Lukas hat jetzt immer in den Hotshop gegessen. Wir sind jetzt gleich im Krankenhaus. Ah, Junge ist krank, Junge. Ich liefer den hier mal ab, ey. Ja. Egal, ey. Ich würd sagen, wir gehen jetzt mal rein. Wir fragen, was wir machen sollen. Scheiße, ey, Leute. Wir sind immer im Krankenhaus. Ich würd sagen, wir gehen jetzt mal rein. Ich helfe dir, Bro. Scheiße, es tut ihm echt leid, ne? Wir machen mäßig. Dafür darfst du auch ein Video von mir bestimmen, wenn's dir besser geht. Leute, ich würd sagen, ich mach das jetzt hier aus. Wir sehen uns dann später wieder. Wenn wir bei Lukas zu Hause sind, wir gehen jetzt hier erst mal rein und klären, dass alles, dass es hier auch immer besser geht, ist. Kameras jetzt erst mal nicht mehr so wichtig, komm. So, Leute. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Der Lukas, der schläft. Und ich hab mir überlegt, ich mach ihn jetzt noch schön. Hier ein Glas Milch, ne? Da gehen wir mit ihm das Gleiche, ne? Bei M war gleich auch hier das Video. Wie gesagt, ich wusste jetzt auch nicht, dass es jetzt so schlimm wird bei ihm. So. Ich glaub, dass das reicht jetzt auch ein bisschen. Mehr Milch braucht er nicht, ne? Kriegt er noch, kriegt er hier noch ein bisschen Wasser reingedünnt. So. Perfekt. Weil der soll eigentlich alles seine Milch kriegen, ne? Ich geb dir noch andere, die auch was trinken wollen. Leute, schaut mal, wie er da schläft. Was ist das, Digga? Moin, Lukas. Ich hab dir hier noch ein schönes Glas Milch hingestellt. Kannst du nachher trinken, ne? Ich bin so tot, man. Ja. Dann auch immer noch gute Nacht, ne? Ja, danke. Kannst du nochmal sagen, dass die Leute Burgerpommes essen sollen? Burgerpommes auf die 1. Also, Lukas, wie gesagt, es fühlt mir jetzt echt leid, ne? Du darfst auch jetzt dafür mäßig beim nächsten Mal ein Video von mir bestimmen, ne? Ja. Dann, tschau, ne? Ja, tschau. Also, checkt Lukas ab und er darf dafür als Bestrafung, darf ein Video von mir bestimmen, ne? Schreibt mal in die Kommentare, ob das okay ist, also, als Bestrafung. Das tut mir auch echt mega leid, ne? Voll der Arme. Tschau, Leute.